Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Eure Custom-Level-Inspire-Flash 2. Heute ein Level von Benward Fire. Ja, und damit gibt's einen Flash 2 leider nicht. Okay. Was halte ich doch... Okay, so halte ich mich fest. Wusste ich jetzt leider nicht. Warum? Okay, aber er ist einfach so runtergefallen. Ich weiß nicht warum. Okay, keine Ahnung warum. Ach so. Ja, jetzt komm her, den brauch ich nämlich. Zwar hierfür. Oh Gott. Das Level ist gar nicht so einfach. Erinnert mich irgendwie in Kaizumar, was hier so viele Manschei gibt. So, komm her, du Panzer. Okay. Fuck. Scheiße. Hat er mich doch noch getroffen. So. Es ist wesentlich fairer als das letzte Level. Auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht leicht oder zu leicht. So, was ist das für ein Boden? Lol. Okay. Okay. Kann ich doch sterben? Nö. Das Level war ziemlich cool. Das Level war ziemlich cool. Kriegt eine Wertung von 93%. Hat mir gefallen. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Bauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.